Europa hat in Zusammenarbeit mit Farmsupport eine spezielle Legemaschine für vorgekeimte Kartoffeln entwickelt. Landtechnik Schweiz hat ein erstes, vom Schweizer Vertriebspartner Brack Landtechnik an den Biobetrieb Radgeb geliefertes Modell bei einer Pflanzung unter die Lupe nehmen können. Die vierreihige, rein mechanisch über ein Antriebsrad angetriebene Handpflanzmaschine GECO kombiniert schonendes Pflanzen von vorgekeimten Kartoffeln ohne Keimbruch mit Schlagkraft, benötigt aber Prolegereihe zwei Personen plus eine Person für das Handling der Kisten. Für den Strassentransport muss die Maschine manuell zusammengeklappt werden. Sie weist dann eine Breite von drei Metern auf. Der GECO ist hier an einer K80 Kugel angehängt. Zu sehen ist bei dieser Ausstattung die optionale hydraulische Deichsellenkung, die einen Lenkwinkel bis 80 Grad ermöglicht. Für den Betrieb werden maximal vier Steuerventile benötigt, nämlich für das Heben und Senken der Maschine, für die optionale Deichsellenkung und für die ebenfalls optionale Fahrgassenschaltung sowie für den Spuranreisser, der hier allerdings nicht benötigt wird, da der Traktor mit einem Lenksystem ausgestattet ist. Das Be- und Entladen der Kisten erfolgt hier von Hand, könnte aber auch palettenweise mit einem Hoflader gemacht werden. Der GECO kann mit bis zu vier vollen Paletten mit Kisten vorgekeimter Kartoffeln beladen werden. Ein zusätzlicher Stellplatz ist für das Leergut bestimmt. Die Legetiefe wird durch das Umstecken am Lochbild der beiden Führungsräder angepasst. Die Legeabstände können durch das Wechseln von zwei Zahnrädern von rund 20 bis 60 cm definiert werden. Eine Tabelle hilft beim Einstellen dieser Abstände. Die Aggressivität der durch eine Feder gespannten Dammformer lässt sich über dieses Lochbild einstellen. Jeweils zwei Personen pro Pflanzreihe legen hier die vorgekeimten Kartoffeln händisch in Längsrichtung auf diese mechanisch angetriebenen Legebänder. Diese Bänder fördern die Kartoffeln ohne weitere Beanspruchung und ohne Schleifkontakt bis zur exakten Ablage in dem Boden. Auch eine Zugabe von Mikroorganismen in flüssiger Form oder Granulaten ist möglich. Die leeren Kisten fallen vorne auf das Rücklaufband, von wo sie wieder auf den hinteren Stellplatz zurücktransportiert werden. Durch diese Arbeitsweise sollen Tagesleistungen von über 6 Hektar erreicht und die vorgekeimten Kartoffeln bestmöglich geschont werden, wie diese ausgegrabenen Saatkartoffeln zeigen. Selbst inhomogenes Pflanzgut mit Kartoffeln bis zu 12 cm Länge können mit dieser Technik optimal bei einer Fahrgeschwindigkeit von bis zu 3,5 kmh gepflanzt werden. Über das Traktorsteuergerät lassen sich für die beiden äusseren Reihen Fahrgassenschaltungen anlegen. Das Legeband läuft dann nicht und ein Zustreicher ebnet den angehäufelten Damm wieder zu. Von der Traktorkabine hat man eine gute Sicht auf den Frontbereich des GECO und über die Rückspiegel einigermassen auch auf den hinteren Bereich. Das Personal kann sich durch Drücken dieses Knopfes bemerkbar machen. Die Maschine lässt sich wie in diesem Beispiel mit einem Wetterschutzdach und einer Beleuchtung ausstatten. Hier ist gar noch eine Musikbeschallung installiert. Mit der Maschine erhofft man sich auf spezialisierten Betrieben mit Frühkartoffelanbau einen Ertragsgewinn dank Vegetationsvorsprung. Da die Keime nicht beschädigt werden, wie dies bei anderen Legegeräten meist der Fall ist, ist auch die Infektionsgefahr beim Saatgut geringer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017